Christine Neubauer, bitteres Ehe aus. Sie ist einfach nur traurig. Wenn der eigene Sohn die große Liebe gefunden hat, ist das für eine Mutter ein riesiges Glück. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten für TV-Star Christine Neubauer. Die Ehe zwischen ihrem Sohn Lambert Dienzinger Junior, 31, und seiner Frau Pereschi, 29, genannt Paris, soll zerbrochen sein. Ein bitteres Trennungsdrama. Das Herz von Christine ist gebrochen. 2019 gaben sich der Sohn der Schauspielerin und die Germany's Next Topmodel Teilnehmerin das Ja-Wort. Auf Ibiza bauten sie sich ein Leben auf, mit zwei süßen Hunden. Doch nun sollen sich die beiden auseinandergelebt haben. Sogar von Scheidung ist bereits die Rede. Besonders traurig, zwischen Christine Neubauer und ihrem Sohn herrschte jahrelang Funkstille. Lambert Dienzinger Junior brach damals den Kontakt zu seiner Mutter ab. Nachdem die Trennung seiner Eltern Christine und Lambert Dienzinger, 67, 2011, in einen Rosenkrieg ausartete, schlug er sich auf die Seite seines Vaters. Erst Paris brachte Mutter und Sohn wieder zusammen. Christine soll ein großer Fan ihrer Schwiegertochter sein. Dass ausgerechnet sie jetzt nicht mehr zur Familie gehören soll, das muss der Schauspielerin das Herz brechen. Und erst recht, ihren Sohn vor Liebeskummer leiden zu sehen.